Kurze Sätze mit Fals. Falls es spät wird, nimm ein Taxi. Falls es spät wird, nimm ein Taxi. Falls es spät wird, nimm ein Taxi. Falls du Durst hast, kippt es Wasser in Kühlschrank. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Rufen Sie an, falls Sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls er klappt, melde ich mich. Falls er klappt, melde ich mich. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Lass es spät wird, nimm ein Taxi. Falls es spät wird, nimm ein Taxi. Falls du Durst hast, gibt es Wasser im Kühlschrank. Falls du Durst hast, gibt es Wasser im Kühlschrank. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Falls Sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls Sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls er klappt, melde ich mich. Falls er klappt, melde ich mich. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. Lass es spät wird, nimm ein Taxi. Falls es spät wird, nimm ein Taxi. Falls du Durst hast, gibt es Wasser in Kühlschrank. Falls du Durst hast, gibt es Wasser in Kühlschrank. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls es laut wird, verwenden Sie Uhrstöpsel. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Falls du es vergisst, schreibe es auf. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, falls Sie Fragen haben. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Nimm einen Schirm mit, falls es regnet. Falls Sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls Sie kommt, geben Sie ihr die Schlöschel. Falls er klappt, melde ich mich. Falls er klappt, melde ich mich. Lass es mich wissen, falls du Hilfe benötigst. 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 Wenn du Hilfe benötigst, denke ich an. Untertitelung des ZDF, 2020